Herzlich Willkommen zurück auf Quai of Fear. Ich habe lange schon nicht mal gespielt und muss erst mal wieder... erst mal wieder reinkommen. Ah! So weit, so gut. Aber ich brauche erst mal eine Spritze. Ich habe keine Ahnung warum ich gerade so... So bin ich live einfach mal. Wo kam ich da runter? Ich... Headshot! Warum kommst du jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung wo wir langen müssen. Da geht es durch weiter. Ok. Da fahren wir schon. Da noch weiter. Das war so klar dass es hier raus geht. Wie gesagt ich werde diese Folge ein paar Minuten länger machen oder probieren länger zu. Dann gehen wir auch mal die Tauber runter. Das war der Massage. Das hier... ...und... ...und... Und dann gehen wir auch mal die Tauber runter. Einer hat jetzt mich aufgehoben, aber ich habe keine Ahnung, was ist da draußen laut? Ein Dombang! Oh, was ist denn zu weit? Ich glaube ich mach das mal so. Okay, wo? Ich habe auch nur einen Schlüssel. Okay, das ist gut, der Schlüssel ist gut. Mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Also, hier schonmal nicht. Wie so ein Mist wäre zu schöner Wärze drin. Hm. 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 So. Mancha? Das ist auch nicht darum, aber ich kann nicht nachdenken. Ich mache das wieder. Ich fahre einfach durch Tupfen, mit einem Geheimgurter zu gerufen. Oder einen Geheimgurter zu gerufen. Nee. Das hätte ich nicht mehr genau bringen müssen. Hey, die sind jetzt aber schon. Keiner Dank. Wir müssen jeweils einen Schliessen finden. Die Schliessen. Jeruch können bei der Luft rauslassen. Chいつ ist ja ... Sie sind aber gut. Die sind schon wirklich eng, das müssen wir so machen. Die sind gleich hier. Die sind gleich hier. Geht irgendwie stark aus. Ein bisschen gerade verweggen. Ich weiß eigentlich hier schon, unten. Bist nicht wieder hier? Der ist wohl gar nicht im Kreis gelaufen. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Jetzt habe ich es noch zu gut. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut. Da ist die komische Notiz. Da ist die Zettel. Entschuldigung, äh, jetzt bin ich auf dem Marsch. Ich habe mich auf Deutsch gestellt. Was ist denn, was ist denn? Wand, bin ich wieder hier. Schön. Aber hier liegt nichts, außer Speicherpunkt. Und Radio. Und volle Verführung. Speichert mal nur zur Sicherheit ab. Vielleicht auch gleich. Hier, speichern. So. Wir hören uns gleich wieder, wenn ich herausgefunden habe, wie es weitergeht. So, ich habe es glaube ich gefunden. Wie ich hier sehe, ist der Fahrstuhl hier. Und... Mal schauen, was passiert. Ich habe recht. Wir müssen noch Fahrstuhl fahren. Ich bin schon wieder dran. So, schade, wo sind wir jetzt? In der vierten. Meine geheime Notiz, vier. Das letzte war echt gut. Ne, das letzte war echt gut. Ein genuss um zu bringen. Leicht mit meinem Messer zu schneiden, wie Essen. Meine geheime Notiz, vier. Gut. Sehr schön. Wahhh. Kriegt kann man nichts, was ich nicht sagen. Ich hab grad voll Gänse... Out Willkommen Hier... Hier drin Okay Und ich hab da absolut... Null Bock Aber was tut man sich da alles Oh, shut up There's a key in the bank though I'm just gonna set up some of the tower Ready for the tower I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it What's this? Uh I guess it's... Hier, da sprich ich mal Er sprich hat... Oh, was ist rum? Nein Wieso? Jetzt kann ich hier runterklettern Du sprichst ja jetzt nicht runter Wow Alter Du bist du Ja 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 Erstmal speichern Fünf Magazine Ah ja Ja Trotz... Nee, ich hab das... Die Caswin... Neues Okay Ist das ein Hüffel? Mann Ähm... Basement Key Das ist da in Basement Key Das ist ein Hüffel Einen Stabli an den Keller Und da ist ein Hüffel Das... Ah, will ich mich grad erschrocken. Ich weiß, ich bin munitionsgeil. Und da liegt immer Muni. Und ich mach mir jetzt grad richtig Sorgen. Bei so viel Muni-tion. Los, Wasser! Burn! Ruud! 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 Guck, guck, guck! Okay, okay. Okay, okay. Wie hab ich sie noch? Fünf Spritzen. Da ist ja gar nichts. Dann kann ich gleich noch mal sprechen. Das ist ja ganz normal nicht normal. Riech du Frisser. Ey, ich soll hier durchbrochen. Das ist ja schon wieder eine Duttoy. Kutschkibarien. Mit dieser Duttoy. Was ist vom Sofa? Uah! Ja, das ist ja gut. Ich denke da nicht mehr gehen. Warum stehen da jetzt extrem und niedlich anbieten? Warte. Ich kann schon mal kurz in die Zimmer. , 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